Ein Büro, ein Faxgerät und zwei Aushilfssekretärinnen. Hallo Schulz, hallo, Tag, kommen Sie rein. Ihre Aufgabe, einfach nur das Fax bedienen und das Telefon betreuen. Ja, dann viel Spaß, danke, dass Sie mir Unterstützung bieten. Sehr gerne. Neben Klaus gibt es noch einen zweiten Lockvogel. Doro, angeblich auch ganz neu in der Firma. Ach, hallo. Hallo, Doro Gelma. Hallo, Sie sind Assistentin heute, ne? Super, ich habe auch meinen ersten Tag heute und die haben meinen Drucker noch nicht eingerichtet. Ach so. Deswegen muss ich jetzt hier einmal ganz kurz ausdrücken. So, wunderbar, da ist es schon. Ich kenne mich auch noch nicht so richtig aus mit dem Teil hier, aber es sieht so aus, als würde es funktionieren. So, okay. Und, wie läuft's? Gut? Gut. Was ich jetzt gleich machen wollte, schauen Sie, wir haben hier Pizza, ne? Mhm. Palermo, da wollte ich jetzt Pizzen bestellen und Sie haben bestimmt auch Hunger. Also, ich lade Sie gerne ein. Was möchten Sie? Oh ja, Hawaii. Hawaii und Salami. Hießen im Salami. Und für Sie auch Hawaii. Genau. Okay. Mir knurrt der Magen. So, gut. Dann hoffen wir, dass Sie schnell da sind. Pizzeria Palermo, buongiorno. Mein Name ist Luigi. Ja, hallo, VSS-Eventagentur hier. Ich würde gerne drei Pizzen bestellen und zwar einmal die Pizza Salami und zweimal Pizza Hawaii. Äh, du zweimal Pizza Hawaii. Genau. Sollen wir schicken die drei Pizzen wie immer oder? Ja, genau, wie immer. Dann müssten Sie mir nur noch geben bitte Ihre Faxenummer von der Büro. Okay, das ist die 091-897. Acht, nove, sette. Schicken wir wie immer durch. Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Grazie, buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin's wieder. Die Pizzen sind da. Wo ist denn die Pizzen? Ah ja, durch Faxen. Das war für mich gerade sehr ungewöhnlich. Also durch Faxen die Pizzen gekommen? Genau. Das ist ja wie immer. Also wir haben das seit Januar, das ist ein 3D-Printer. Das war für mich sehr, sehr unerwartet. Ja, also haben Sie online, weil wenn man die online bestellt, kommen die natürlich direkt raus, sonst klingeln die ja. Und wir sind ja froh, dass es sowas gibt. Das gibt es seit Januar für uns. Alles, was man online bestellt, im Prinzip jedes Produkt, ja, kann man sich darüber liefern lassen an dem Punkt. Das ist ja anzunehmen. Ja, dann sagen Sie bitte gleich Palermo Pizza. Das ist, das ist falsch. Pizza Palermo. Mi chiamo Luigi. Buongiorno. Ja, hallo. Frau Jasmin Brandt von der VS Event Agentur. Ah, hallo. Die sind jetzt da, aber nur leider eine ist falsch. Wir wollten zweimal Salami und einmal Hawaii. Wenn Sie wollen, können Sie zurückschicken, schnell per Fax. Wir können noch ein bisschen Salami drauflegen. Das ist ja nichts im Problem. Okay? Alles klar. Grazie. Bon Appetito. Ciao, ciao. 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 Das heißt, Sie haben jetzt vorhin angerufen, das habe ich ja mitbekommen. Dann kam es hier raus. Und jetzt kommt die nächste. Gibt es doch überhaupt nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Das glaubt uns kein Mensch. Wahnsinn. Eine Online-Pizza. Wo gibt es denn sowas? Es ist toll, was die moderne Welt so parat hat. Und man kennt, also ich zumindest, kannte das wirklich noch gar nicht. Auch noch nicht aus dem Fernsehen oder sonst was noch nie gehört. Das ist doch einfach fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Genau. Weil gerade mit diesen ganzen Online-Versandhäusern, da wartet man ja immer ehewichtig. Richtig. Und wenn man das dann wirklich braucht, dann kommt es meistens auch nicht bis zu dem Datum. Ja. Also das ist wunderbar. Holst du weg? Gut? Mhm. Frau Frisch, kann ich ihr sagen. Ja. Schön, dass Sie das hier machen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach als Einstand bei uns hier in der Firma ein Parfum schenken. Ja? Und mir bestellen Sie bitte noch ein Hemd. 44 weiß, weil ich muss heute Abend, ich habe mich hier. Sehen Sie den kleinen Fleck hier? Es tut mir leid, ich kann es gerade gar nicht fassen, mein Glück. Ja? Ja, hallo, frisches Nundrand von VSS Eventagentur. Ich hätte ein Parfum bestellt und dann hätte ich noch ein weißes Hemd bestellt. Wir schicken online, weil ich Sie habe, ne? Genau, dass es jetzt gleich kommt, genau. Das Hemd ist da. Das fällt mir. Das riecht aber toll. Was ist das, Luigi Palermo? Ja. Batsch. Aber das kam jetzt nicht auch aus dem Drucker. Genau so wie das Hemd. Ich habe mir doch mal ein Hemd. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Boah, das ist ja echt toll. Ja. Darf ich auch was bestellen? Ähm, was wollen wir ihr denn geben? Rote Balladunas. Ich würde voll gerne. Wollen Sie auch noch Schuhe? Oh Gott. Komm, passen auch noch. Jetzt geht's gut. Komm, 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 komm. Das ist doch die Rote Schuhe zuerst. Die kommen beide? Das ist doch die Rote Schuhe, die sind schuhe. Das ist doch die Rote Schuhe. Oh, Hammer! Das ist doch noch mal was. Haben Sie noch was bestellt? So, jetzt nehmen Sie noch mal. Haben Sie die bestellt? Ich habe sie auch bestellt. Ja, herzlich Willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Herzlich Willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß?